Willkommen zu der nächsten Folge Giro 3 mit einer Überraschung, Felix! Hallo. Ja, der Fieber ist immer noch auf der Klassefahrt, ich join. Ah, mein Nack, Koi. Wir kommen in der Fis. Alter, was ist zur Zeit für mein fucking FFs los? Okay, jetzt geht's. Ich bin der Farmer, ich sitze auf dem Land und mecke die Kühe. Hast du noch Gold eigentlich? Also ich könnte jetzt rein dir rutschen. Ich würde vielleicht noch einen zweiten Gap machen. Welche Leckerheit. Ich guck mal, ich bin der ich hatte, okay? Oh, mein Se! Ich war vor kurzem noch topgelaufen, jetzt bin ich der letzte... Ah, ah! Ah, Zerrox und so einen Kills gemacht. Scheiße, die haben den Sniping gekriegt. Ich muss gleich mal gucken, wen die gesnipet haben. Das wollte ich schon die ganze Zeit wissen. Jetzt habe ich ihn gehört. Ja, ich werde jetzt probieren, im Nether noch ein bisschen was zu finden. Also an Blazerods und dann kann ich hieraus Speed machen und dann probieren wir Leute zu fetzen. Wie viel Gold hast du noch, Felix? Ich glaube 10, lol. Ja, okay, dann haben wir... Ah, es sind zwei Gold, Abner. Mir gerade zwei, jeder einen gibt es. Aber ich muss halt wirklich dann jetzt die Blazerods finden, ne? Du könntest auch noch Pfeile farmen. Weil, von allenfalls ist es halt okay. Ich habe 13 Feinde. Ich packe schon mal zu sicher Blazerods rein. Ja, deswegen meine ich... Oh, Waps werden unglücklich. Ich glaube nicht jeder hat Waps. Also... Ein paar halt... Wenn jemand halt Speed schon hat, dann kriege ich... Also wenn gleich wer draufjoint und mich fightet, ich muss so safe spielen. Äh... Ich nehme mal Food mit. Ich suche mir... Ach so, du hast gar keinen... Suche was für das FNS. Äh... Ich habe sogar Lava, ne? Das ist nicht... Das ist nicht... Ich habe keine. Du hast mir die Gameface sollen. Ich habe eine Lava sogar. Ey, ich... Irgendjahr meine FNS... Fickt euch. Ich muss... Jungs, es tut mir so leid. Ich werde zwei Packs bald löschen wieder. Warte mal. Wo ist der Spawn? Ich suche kurz einen Gravel. Digga! Oh ne, ich hole mir Lava da. Lava? Ne. Der... Wer lavert da gerade im Hintergrund? Dass ist Ali. Ali Abi. Ali Bombali. Wie hab ich abgucken gekannt? Warte, wir spawnen 0-0. 0-0, denk ich. Ja, wurde gefeitet. Ne, nur hat halt mit 3 Viertel einen Full Arrow getötet. Hallo, 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 okay, ich wollte kurz gucken, ob man mich hört. So, 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 so. Kommt man heute auf Felix gut? Ich hab nämlich gerade keine Ahnung. Der Held mit Airpods, ne? Airpods, jawohl, einfach der Reiche. Ne, eigentlich ist er voll der Arm, ich hab zwei Stück. Ja, ich auch, ich muss mir neue kaufen. Ah, guten Morgen! Ey, die sind Full Iron Nether, die sind Full Iron Nether. Echt jetzt? Oder Spawn. Ja. Du willst jetzt ehrlich fighten? Ich komm eh weg. Weiß ich ja nicht, ne? Ich muss aber in der Bar. Das ist die einzige Chance, dass wir noch irgendwas... Ich weiß, dass die auf jeden Fall in der Festung waren, ne? Weißt du, wo lang die gegangen sind? Der im Volk ist oder der im Volk! Guck, das ist der im Volk! Vielleicht kann ich die finden. Ja, ich guck. Wie heißt der nochmal? Blutorange, ne? Blutorange, ja. Blutorange, YouTube. Woll, Ali. Blutorange... Welch find ich die, ja? Ich find die nicht! Ah, doch! Hier. Äh... Fünfste Folge... Ich hab irgendwo in der Festung, aber keine Ahnung wo die lang sind. Die sechste müsste online sein. Nee, die sechste ist nicht online. Die ist nicht online. Aber... Also... Blutorange hat ein Deer. Blutorange hat ein Deer. Die kommt schon noch. Wie fitte Folge ist das von dir? Hä? Die haben Warzen auch, ne? Die haben Warzen alles. Die Folge muss doch erst online sein. Nee, denk nicht. Die haben Wither Cop, Blaze Rods und Netherwarzen, ne? Die haben übertrieben Netherwarzen. Ich kann mal gucken, wo die vom Port aus hin sind, maybe. Jaja. Äh... Oh Gott. Soll ich mir ein neues Iron Sword craften, vielleicht? Weiß ich nicht. Ich muss dürfen. Ja, mach ich mal zur Sicherheit. Okay, die sind so gut. Vielleicht find ich die, ja. Da ist auch ne Netherfestung. Ich geh einmal lang. Also, ich weiß, wo die lang sind. Aber ich weiß halt, ich kann ja nur vom Port aus sagen. Und zweitens, wenn ich jetzt sterben sollte. Ich glaub, die sind sogar da lang, ne? Wenn ich jetzt sterben sollte, ist das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Weil... Ich bin ehrlich, das mit den Dears ist halt sehr scheiße. Ich... Gyro... Gyro ist eigentlich ein geiles Projekt, aber... Ja, die ist zu niedrig, zu niedrig. Gyro ist eigentlich ein richtig geiles Projekt, aber... Das nervt halt. Du musst mal Tab aufhalten wegen der Overlay, ne? Der ist halt alles looted, ne? Wenn ich die finden sollte, krieg ich nen Keks. Ich weiß halt, wo die lang sind, aber ich kann nur vom Port aus sagen. Ja, sag wo lang! Ja, ich kann nur vom Port aus sagen. Ja, okay, ich geh zum Port. Also, ich bin... Es kann auch sein, dass die dort lang sind, aber ich weiß das nicht. Ich kann nur sagen, wo die vom Port aus sagen sind. Vielleicht gehen die auch jetzt raus. Ja, ja, kann halt auch sein. Das ist, äh, die Rache, dass wir die letzte Jury nicht snipen konnten. Wo ist das Port? Da ist es. Ja, du bist genau in die andere Richtung gelaufen. Du musst... Geradeaus rechts. Also... SW. W. Da sind die lang gewesen. Aber wenn du stirbst, hasse ich dich, ne? Das weißt du. Ich... Bruder, was soll man denn machen? Ich sag nur. Also, ich glaub auch, dass du die bekommen kannst, oder? Es ist deren siebte Folge. Also, die haben schon eine Folge gespielt. Ja, kann auch sein, dass die von draußen sind und so, aber... Das wär die Scheiße. Ja, ich geh einfach raus. Bringt nix. Bringt nix. Ist alles gelootet. Und dann... Und dann hast du dann die Folge erreicht? Ich probier dann noch bisschen Food zu farben. Na gut. Kannst ja fragen, ob die vielleicht 2-1 wollen, so. Und da werden die mich fetzen. HAH! Ich hab getroffen! HAH! Faktisch wann da auf... Da auf den... ...weigen... ...weigen esperar hin, ne? Gucke nach Essen. Und du lagst aber, ne? Ich bin vergeführt da auch. Ja. Ich bin alleine, Bruder! Oh, das ist Nudelsuppe! Das ist Xerox Team Kiste. Ich guck nach Essen. Ich brauche einen Namen. Weil sonst kann ich nicht lange vorne wegrennen. Wenn ich halt wiederkomme, kann ich versuchen, ein paar Folgen zu farben. Aber wenn ich halt nix finde, ist halt du. Und wir müssen halt falten eigentlich, wenn ich wiederkomme, ne? Oh, brauche ich aber nicht. Stimmt, du kannst Pfeile fahren noch. Panne. Joa. Aber wir brauchen erstmal Essen. Ja, stimmt schon. Digga! Hier gibt es nix an Essen. Oh! Oh, keine. Zombie! Zombie! Njam! Also wenn ich wiederkomme, falten wir Panne, ne? Ja. Also probieren wir halt. What the fuck? Wieso kein Kampf? Digga, wenn die jetzt sagen, bist du gut equipped, denk ich mir nur so. Wirst du mich verarschen. Gifter ist auch nur die fünfte Folge online. Ich weiß aber nicht, warum man das darf. Ehrlich nicht. Ich werde das auch weiterhin jetzt so machen, dass ich meine Folgen, meine Folge danach hochlade. Also erst hochlade und dann ne Dirt-Join. Boah, aber Fesslung zu looten war über smart. Da könnte ja auch Gias drin sein, ne? Von denen. Ja. Ich glaube, also Beno kann halt fast ne Ench machen, ne? Die sind halt ein bisschen gefährlich. Größte Problem. Aber ich muss jetzt erstmal Essen farmen. Was ist jetzt gerade das Wichtigste? Beide können wir immer wieder farmen. Boah, überleg mal, ich finde die irgendwie noch. Ja, ich denke, die werden einfach ne Dirt-Join. Ich sag doch, pain for 4. Du musst morgen eine Folge noch Solo spielen, ne? Jo, jo, ich glaube, ich hätte auch einfach am Sworn oder so. Ja, was soll ich denn? Sorry, aber was soll ich machen? Felix. Ja. Super Solo. Aua. Ich glaube, wie ich noch hab. Ich hab noch... Okay, dann haben die die anderen gesniped. Okay. War mir aber irgendwie klar. Ja, ich hab auch nur noch 5 und dann 13. Das muss ich auch noch durchbraten. Guck nochmal Spawn. Move and goat. Ach du Kacke. Die haben endlich... Wie? Woher aber? Ja, Festungen! Safe durch Festungen looten Aber woher haben die Obby... Hä? Haben die mitgenommen Wie? Wahrscheinlich... Stimmt... Auch durch Festungen Da kann auch Obby... Ja, Obby kann in Kissen sein Ich würd die Trotten fighten, wenn ich wieder da bin, ne? Also gut, sind... Ich glaub, die sind besser Aber die haben endlich, die sind sehr gefährlich Die auf Donnerstag 2v2 Sind full i an End 2v2 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 3v2 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 4v2 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 5v2 4v2 Wir müssen halt hoffen, dass wenn ich da bin, wieder irgendwas Funktioniert Ja Digger, also es ist halt Pain AF... Ich versteh halt nicht Ich hab nicht ein Dier Ich versteh aber nicht, wie alle Leute Diers finden Ich versteh es nicht Wir haben uns schon durch die halbe Welt gesch... Geschichte... Geschichte gemeint und nicht... Nicht einer Ich bin so verzweifelt, holy shit. Bye, bye. Ja, Leute, was ist mit der siebten Folge, wir sehen uns, bis dann, ciao, Freunde. Ich bin so verzweifelt, ich bin so verzweifelt, wir sehen uns, bis dann, ciao, Freunde. Untertitelung des ZDF, 2020